Hallo und herzlich willkommen bei mir. Ja, also zwei Leute haben sich nicht gemeldet. Leider, das tut mir natürlich echt leid für euch. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt das Video seht und traurig seid. Es gibt zwei Leute, die sich nicht gemeldet haben, die aber gewonnen haben bei mir. Ich habe ja zehn Pakete verlost zur 20.000 Abonnenten Video und es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt noch welche mitmachen können bei dem Video. Aber die Leute, die mitgemacht haben, die schmeiße ich jetzt noch mal in den Lostopf und die haben jetzt noch mal eine Chance zu gewinnen. Also ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen ganz, ganz doll, dass du das gewinnst. Und jetzt ab zum Lostopf und dann schauen wir mal, welche beiden süßen, lieben Follower denn jetzt noch eine Chance bekommen haben, weil sich zwei Leute nicht gemeldet haben. So, ich hoffe, ihr meldet euch bei mir und ihr freut euch ganz doll. Schreibt mir bitte entweder eine E-Mail oder bei Instagram und natürlich freue ich mich ganz doll für euch. Das war ja jetzt wirklich lustig, dass man da noch mal eine Chance bekommt. Man denkt schon, nicht gewonnen und dann melden sich zwei Leute nicht und letztendlich sollte es dann so sein. Und ihr solltet das bekommen. So, jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr euch freut. Und für alle anderen, natürlich machen wir öfter mal eine Verlosung. Und ja, das war jetzt natürlich mal eine Riesenverlosung. Und jetzt gehen die Pakete auch auf die Reise. Jetzt werde ich schauen, wer mir geschrieben hat. Der möchte keinen Asam haben. Der soll natürlich dann auch keinen Asam bekommen. Und das checke ich jetzt alles noch mal ganz in Ruhe. Und dann gehen die zehn Pakete auf die Reise zu euch. Also nicht wundern. Wahrscheinlich habt ihr schon geguckt im Briefkasten. Aber ich wollte einfach bis zum Schluss warten und dann den ganzen Stapel zusammen abgeben. Na gut, ich mache Schluss und dann alles Gute für euch. Bis dann. Tschüss.